ich zeig euch heute mal wieder den shop doch bevor ich den shop zeige wollte ich euch mal wieder sagen ihr könnt mich gerne abonnieren damit ihr keine shop videos und informationen über folgt damit ihr das halt nicht verpasst so leute so sieht dann der shop aus bei den vorgeschickten gegenstände haben wir dann raptor für 2000 vb passend dazu hatte dann noch eine spitzhacke für 1500 vb hört sich dann so an dann an zweiter stellen haben wir dann abstrakt für 1500 vb passend dazu hatte dann noch eine spitzhacke für 1200 vb so kommen wir mal zu den täglichen gegenstände da haben wir mal an erster stelle tanztherapie für 800 vb dann an zweiter stellen haben wir dann überlebenskünstler für 1200 vb dann an nächster stellen haben wir dann twist für 500 vb es wirkt ein sehr sehr geiler im baut dann an vierter stellen haben wir dann schnorchel ops für 1200 vb dann an vorlesen haben wir dann imperium sacke für 800 vb hört sich dann so an an letzter stellen haben wir dann ein hängeglätter für 500 vb ansonsten was ist es dem video ich hoffe es hat euch gefallen lassen leider aber natürlich muss sein